Yo Leute, herzlich willkommen bei den Aufregersiel, der Oli für euch am Start mit Let's Play Evolens 2. Ja Freunde, wir sind immer noch hier in der Zukunft im Dreidimensionalen gelandet. Ich habe auch während deiner ganzen letzten Parts nicht meinen Begrüßungstisch gemacht. Klack! Und ja, wir sind jetzt hier in einer Dungeon, suchen den Anführer der Diebesbande, der wahrscheinlich zweifellos dieser Riesentyp ist, also dieser Boss von den Geistern noch aus dem Spukwald. Und irgendwie, ja, hält er sich sehr gut geschützt durch diese Spikes hier. Ich sehe ja irgendwie, dass ich hier nicht weiterkomme. Deswegen werde ich mich jetzt mit dieser Rüstung, werde ich ein bisschen backtracken und gucken, was ich damit noch alles machen kann, weil zweifellos geht das ja. Gucken wir mal. Den Gegnern muss ich jetzt ausweichen, versuchen wenigstens ein bisschen. Aua. Okay, hier kann ich, hier aktiviert sich gar nichts. So. Die tun mir trotzdem noch weh, okay. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen hier. Oh, und da ist schon Feierabend. Toll. Von wegen Backtracking, ne? Oh mein Gott, ist das eine Scheiße, Mann. Ich sehe irgendwelche Spikes. Spikes, ich sehe Spikes. Ja, ganz toll. Und das war's auch schon. Das kann ich jetzt machen. Wuhu. Ne, Backtracking ist nicht das Motto. Anscheinend denke ich hier schon wieder zu kompliziert. Und das habe ich gerade in die Kamera geguckt. Anstatt aufs Spiel zu gucken, habe ich jetzt mal wieder schön eine kassiert. Ich glaube, ich lasse mich mal kurz sterben. Und, äh... Ja, mach das jetzt mal anders. So. Wir sind wieder hier. Oh, toll. Gleich zur Begrüßung mal wieder so einen Schmatzer bekommen von so einem Slime. Schade, ey. So. Das müssen wir nochmal auslösen. Das war beim Speicherumfang leider nicht mit drin. Mann, Mann, Mann. Kann man das denn nicht skippen? Mann, das sehe ich jetzt schon zum dritten Mal. Ja, ganz toll. Ja, okay, alles klar. Ganz toll, yeah. Ich frage mich aber, warum ich denn... Da drüben ist auch so ein Teil. Also so ein sternförmiger, ähm... Plattform, sternförmige Plattform. Warum kann ich da nichts machen? So. Jetzt kann ich hier rüber. So, jetzt komme ich hier wegen diesen... Dinger nicht weiter. So, jetzt kann ich hier aussteigen oder hier aussteigen. Warum sollte ich hier aussteigen wollen, frage ich mich aber auch gerade. Ups. Gibt es hier sonst irgendwas? Ne, ich kann hier nichts machen. Was soll ich denn hier machen? Warum soll ich denn hier abstellen? Hier bin ich einfach nur eingekesselt. Und ich kann auch hier... Weshalb ich auch einfach nicht einfach mal mitten auf dem Weg aussteigen kann, ne? Weil, also dafür braucht man ja gewisse Stationen, ne? Sonst weiß ja jeder. So, und der Slime hat Gier nach mir, sehe ich jetzt schon. Der will mal ordentlich aufs Maul da hinten. Nö. Jetzt doch nicht mehr. Kann ich mit diesen Säulen irgendwas machen? Kann ich die zerstören? Nein, kann ich auch nicht. Soll ich mir diese Steine hier irgendwas sagen? Ne, kein Scheiß, Mann, Leute. Bei solchen Spielen müsst ihr manchmal echt ein bisschen euch selbst ein paar Dinge fragen. Aber ich weiß leider auf dem Tod nicht, wie ich jetzt hier weitermachen soll. So, der ist jetzt erstmal Toast hier. Der geht mir auf den Zeiger. Oh, ohne Quark, ne? Komm her, jetzt. Okay. So. Ne, ich weiß es nicht. Was ist das eigentlich für eine Wand hier? Okay, irgendwie komisch platzierte Steine. Der sieht mich sogar hier durch die Wand. Ich krieg langsam Angst. Also, ich glaube, dass ich da drüben nicht weiterkomme. Tut mir leid. Gut, das gute alte Zelda. Leider war ich in diesen Rätseln nie wirklich gut. So. Da ist ein Slime, ich weiß es. Peng. Na, komm. Ah, aua. Ah, ah, ah. Samm zum. Cash einsammeln. Leben einsammeln. Wir nehmen alles mit. Ah, hab da gedacht. Zwei auf einen Streich, Junge. So, und das ist kein Schalter hier. Sehe ich das richtig? Ne, wahrscheinlich muss ich hier irgendwas... Halt, da ist ein Skelett. Kriegen wir das auch zermatsch wie die letzten? Nein. Aber ich meine, hier muss irgendwo ein Schalter sein, dass es hier nach oben geht. Der sollte aber auch nicht allzu weit weg sein. Was mache ich, damit ich da hochkomme? Von hier aus komme ich nicht hoch. Beziehungsweise, dann kann ich vielleicht... Nehme ich das, äh... Praktisch das Level dann nochmal so praktisch rückwärts passieren. Also hier... Wie mache ich das, dass... Dass hier die Plattform hochfährt? Da muss ich hundertprozentig hin. Habe ich irgendwas vergessen, was ich vielleicht kann? Vielleicht irgendeine Fähigkeit? Also Backtracking mit der Rüstung habe ich ja schon versucht, dass ich damit zurückgehen kann. Da kommt aber irgendwann diese kleine Planke im nächsten Raum, dass ich nicht weiterkomme. Von hier aus? Warte mal, halt. Von hier aus vielleicht? Moment. Ja genau, das ist der Platz. Genau, von hier aus vielleicht? Nein, ich bin ja einspast. Moment, ich steige nochmal aus. Kann ich da durch und einfach mal drauf scheißen? Ne, kann ich nicht, okay. Ne, geht nicht. So, noch ein Hit und ich bin schon wieder tot, Alter. Ohne Scheiß, was ist denn los? Das kann doch nicht so schwierig sein. So, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Genau, so, sehr viel näher geht nicht. Ja, die vordere Reihe kriege ich hin, aber ich will trotzdem dieses Herz haben. Ja, und jetzt? Warum kann ich hier nicht aussteigen? So eine Kacke, ey. Hier muss doch irgendwas sein. Ich verstehe es nicht. Ich vergesse irgendwas. Halt! Ich habe eine Idee. Kann ich zwischen den Usern wechseln? Kann ich zwischen den Komplizen wechseln? Kann ich da wechseln? Weil die, weil die, äh, Tina könnte jetzt was machen. Kann ich irgendwie, weil... Ah, ah! Bei den Schultertasten kann man wechseln. Das wusste ich ja gar nicht. Wurde das mal erklärt? Habe ich da nicht aufgepasst? Ich denke mir noch so, der Benni kann da nicht viel machen. Ja, dann ist er easy, Mann. Ja, das wusste ich nicht. Ich dachte, den habe ich jetzt dauerhaft als Begleiter. Ja, das habe ich jetzt total vergessen. Tut mir leid, Leute. Ehrlich. Das hätten wir jetzt leider... Also, ich... Entschuldige mich herzlich für die ersten acht Minuten, aber... Ich habe echt gedacht, äh... Ich wusste nicht, dass man die wechseln kann. Hätte man drauf kommen können. Ich weiß, bin ich ja jetzt auch. Aber leider ein bisschen spät. So ein Dreck, ey. So ein Dreck, ey. Ohne Scheiß. Das, äh... Ist echt ein bisschen ärgerlich. Aber das ist wieder Olli, ne? Wahrscheinlich alle sich schon während dem Let's Play gedacht... Oh, Olli, ey. Pack doch mal die Tina aus. Also, ihr wisst, was ich meine. So. Okay. Hier habe ich nichts mehr. Gehe wieder hier rüber. Gehe dann da hin. So. Und die Tina kann ich jetzt nämlich dann einfach ganz entspannt hier alles raussebeln lassen. Genau. Dann kann ich nämlich hier durch. Dankeschön. Bumm. Und Bumm. So. Und die Plattform ist kaputt, oder was? Öh. Okay. Dann gehe ich wieder zurück. Gehe hier runter. Easy. Junge. Easy. Ja. Also, ich habe es mir schon gedacht. Das klappt so nicht ganz, ne? Genau. Die Tina, die ignoriert einfach mal alles. Auch die Stacheln. Auch die Schwerkraft. Auch diesen, äh, diesen Burggraben, kann man schon sagen. Die ist da ganz... Oh, oh. Ich glaube, das ist nicht gut, oder? Ja. Dachte ich mir. Okay. Also, alles, was das jetzt gebracht hat, war ja eigentlich nur, dass ich jetzt hier hin kann, wa? So, jetzt kann ich aber hier aussteigen. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Äh, ich sehe jetzt hier nichts zum Zerstören. Oder? Hm. Moment. Ich kann höchstens hier was zerstören, aber... Ob das jetzt so Sinn der Sache ist? Okay, also, wenn ich mir jetzt hier drauf stelle, dann sinkt das Ding ab und dann bin ich tot. Oder? Ja, da kann ich auch nichts gegen machen. Bin dann einfach tot. So, und wenn ich jetzt hier ganz schnell rübergehe, dann komme ich hier Jahre zu spät an. Und wieso kann ich jetzt hier nicht einfach aussteigen, ey? Was ist denn das für eine Rotze wieder? Muss ich hier erst reparieren? Oder... Äh, was weiß ich? Jetzt wird's wieder knifflig. Äh, ich hasse Rätsel. Beziehungsweise, ich hasse sie noch nicht mal. Es ist einfach nur manchmal ein bisschen stressig. So, treffe ich damit die Dinger da drüben? Jupp. Okay. Hat das irgendwas gebracht? Ja. Ein bisschen Geld und Nerz. Aber ich kann die da drüben zerstören. Aha, aha, aha. Fortschritt. Ich bin nämlich gar nicht so doof, wie ich aussehe, Freunde. So, gehen wir mal ganz hier raus und dann zerstören wir von hier aus, nämlich die hier. Und können dann nämlich hier weiter. So, bumm, bumm. Dann bin ich mich hier. Kann mit Oli dann da rüber. Und das bringt jetzt was. Dann kann ich von hier aus vielleicht die noch kaputt machen. Ja, cool, aber... Hm. Wenn ich jetzt mal hier zu Benni wechsle, bringt das irgendwas, wenn ich jetzt hier mit dem drauf haue? Nein. Okay. Ja, trotzdem habe ich ein bisschen Fortschritt gemacht, hoffe ich mal. Also, ich sehe es jetzt noch nicht wirklich. Ich sollte... Es ist irgendwie... Ich meine, die Rüstung muss ja hier drauf sein. Hier kann ich auch nicht raus. Nee. Ah, ah, oh, Oli. Oh, Oli, ey. Manchmal, ne? Was ist jetzt los? Oh, ey, manchmal... Ey, kannst du auch nicht zwei und zwei zusammenrechnen, ne? Das war wieder... Das war... Das sind halt so Sachen, du bist gewohnt, dass es so und so geht von anderen Spielen. Von wegen, du musst jetzt ein Gewicht finden, was da drauf muss oder so, ne? Deswegen habe ich da jetzt auf den Tod nicht dran gedacht. So. Die sind jetzt auch dauerhaft da. Okay, kann hier aussteigen. Kann mit hier dem da rüber. Dann habe ich hier wieder einen Schalter. Dann wird sich das jetzt wahrscheinlich öffnen. Genau. Unglaublich, Alter. Unglaublich. Das sind einfach jetzt so ein bisschen eigenständige Elemente. Ich war jetzt einfach komplett in Zelda drin. In Zelda gäbe es das nicht, dass man einfach so ein bisschen geschickt mit der Statue darüber latscht. Dann müsste man jetzt irgendeinen Block finden oder sonst was, was man da drauf stellt. Und bevor du mich jetzt weiterstrenst, mache ich dich lieber gleich kaputt. Okay. So, wir haben ein bisschen Fortschritt gemacht, Freunde. Ähm, nur die Frage ist jetzt, wie geht's weiter? Jetzt bin ich hier wieder am Anfang, sehe ich das richtig? Yep, okay. Deswegen sehe ich das jetzt mal so, dass es ganz gut war. So, jetzt bin ich hier wieder am Anfang. Was kann ich jetzt Neues? Außer, dass ich die Statue habe. Aua. So. Ich gehe mal wieder zurück zu meiner Statue. Ich kann mit der nicht hier rüber. Ich kann mit der aber hier rüber. Und kann mit der hier hin. Das ist ganz toll. Ja, nee, jetzt bin ich ja wieder am Anfang. Und was? Weiter? Versteht ihr, was ich meine? Was kann ich denn jetzt weiter... Was kann ich denn jetzt Neues machen? Weil die muss ich ja hier wieder stehen lassen. Jetzt bin ich hier. Hier geht's zum Anfang. Das heißt, ich gehe jetzt hier mal rechts. Und hier konnte ich vorher nicht hin, anscheinend. Hm. Und so läuft der Olli im Kreis, wa? Ja, jetzt habe ich nur noch das hier, was man irgendwie aktivieren sollte. Damit ich in eine höhere Ebene komme. Aber ansonsten... Hm. Gar nicht so ein großer Dungeon, muss man sagen. Aber... Ja. Also das mit den Gittern... Es war ja alles gar nicht schwer. Ich hätte einfach nur mal irgendwann mal raffen sollen, dass man Tina wechseln kann. Also dass man zwischen den Helfern wechseln kann. Was ja eigentlich auch logisch ist. Dann habe ich einfach bis jetzt noch nicht gedacht. Das wäre vielleicht mal ganz handy, wenn man wechseln könnte. So. Was ist da oben? Wie komme ich da hin? Ich muss dafür in die höhere Ebene. Wie komme ich auf die höhere Ebene? Das ist jetzt praktisch die nächste Frage. Wie komme ich da hoch? So. Kann ich da hoch? Kann irgendwer da hoch? Kann vielleicht Benni da hoch? Was mache ich dafür? Aua. Ja, dachte ich mir. So. Müssen dafür die Blöcke irgendwie anders stehen. Ich bin gleich wieder tot. Ich kriege die Kotze. So. Ne, Tina war die falsche Antwort. Da habe ich gepennt. Ah, wir haben ja gespeichert zum Glück. Da oben links. Halt die Presse. 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 Oh Mann, Freunde. Das kann... Das ist wahrscheinlich wieder richtig schön einfach. Und ich komme einfach nicht drauf. Welcher... Ich weiß noch nicht mal, welchen Raum ich nehmen soll. Ich gehe halt. Ich gehe nochmal ganz zum Anfang. Und zwar ganz am Anfang links. Kann man da auch irgendwie durch, ohne zu sterben? Alter! Olli! Mal ein bisschen zusammenreißen hier. Boah, ey. Ohne Quatsch. Ey, diese Slimes. Die regen so auf. Warum müssen sie sich denn auch noch zweimal teilen? Und natürlich kriege ich nochmal eine gewischt. Guck mal mich an hier. Ich bin richtig reich. Mann, Mann, Mann. Ne, hier ist nix. So. Halt, ich gehe außen rum. Ich gehe mal hier links. War ich hier links schon? Ne, aber kriegt glaube ich auch nix, oder? War hier eine Truhe vielleicht? Weiß gar nicht mehr. Ich glaube hier war eine Truhe. Ja, hier war eine Truhe. Und da war ein roter Trank drin, genau. Kriegt das hier irgendwas? Nö. Nö. So, gut. Also, ich bin jetzt zurück an den Anfang geführt worden. Deswegen gehen wir jetzt mal nach links. Und hier komme ich wie hin? Ähm. Moment. Wie soll ich denn da hinkommen? Wie soll ich denn an diese Truhe kommen? Wenn der Ritter hier nicht rüber kann? Oder kann der Ritter doch da drüber? Und ich weiß es noch nicht. Ne, das ist auch wieder, was ist ich wo? Keinen Bock den zu holen. Aber ob die Truhe jetzt die Lösung allen Rätselns ist, weiß ich nicht. Äh. Ich habe jetzt auch gar nichts gefunden, womit ich hier irgendwas aufschließen könnte. Deswegen. Ich gehe jetzt mal hier links hin. Hier komme ich auch ohne Ritter nicht weit. Ne, der Ritter muss hier rüber. Der Ritter muss hier rüber. Und ich weiß nicht wie. Was haben wir hier drüben? Hier ist auch wieder irgendwas. Halt. Moment. Das muss gehen. Moment. Ich habe eine Idee. Ja. Aha. Aha. Easy, Alter. Easy. Fortschritt. So. Und hier machen wir bei der nächsten Folge weiter. Puh. Gar nicht mal so einfach hier. Ohne Scheiß. Dann bis zur nächsten Folge von Evoland 2. Bis dann.